Alles, was Stasi ist, was Nazi ist, Nationalist, 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 das ganze SS-Patrari, zeig ich dir mal was. Schau, ich, sieben stark lang gesetztes Todes. Schau, sag ich, bevor ich sterbe, ich baue, baue jetzt. Hängematte, verstehst, wie gekonnt, gekonnt, knöpfen, einen Riss, schaust, schau, da geht's. Komm ab, komm ab, Fallschirm, komm ab, gehen wir, gehen wir avanti, auf die Zahre, sagen wir, lebensnah denken, wie geht's, wie könnte es ausfallen, verstehst. Liebe empfinden, Liebe durchführen, Liebe Aktion, verstehst, nicht lernen von der Liebe. Gibt's 300 Milliarden Bücher, da auch nix. Liebe muss machen, auskosten, verstehst, genießen. Nicht lernen auswendig, nicht aussagen, verstehst, nicht reden, diskutieren und sprechen über Liebe und hin und her. Und auswendig aufzahlen können wir alle Liebesgedichte, desto wenig, verstehst. Du musst ihn tun, das Bummsen, das Schnachseln, verstehst, und das Kind am Leben lassen. Dann sagst du sanft, sieben stark des Todes, verstehst. Herr Hitler, Adolf, schau, und die ganze Stasi, 17.000 Stück, haben wir ein Grab gebetet, vor 70 Jahren, wo er viel frei gesagt hat, haben wir gesagt, ich begnadige dich, verstehst, ich lass dich leben. Du hast Russland, verstehst, Kinder auf Betonwand geschlagen. Hast gesagt, Munitionssparen, verstehst. Du hast bei uns in Kursingen, die Taulien, die Kinder niedergeschossen, verstehst. Wir, Benito, sagte, ich begnadige dich, Misericordia. Ich bin Gott, Gott bin ich, die Sieger gemacht, verstehst. Du hast mir ein Grab geschaufelt. Hast gesagt, Freiheit, verstehst. Gib's Ruh, du bist Verlierer. Und dann, kreuzgefuckt. Hat Hitler, Adolf, gesagt, verhören Sie, bauen wir den Grab. 70 Jahre nach dem Tod wird er noch ermordet. So haben wir alle nachgekommen. Schau, das Hitlergrab, brauchen wir nur reinsetzen. Sehst du das? Für mich gemacht. Der Schurke, der ins Kreuz fickt. Für erst begnadigt wird, verstehst du, das Gruppel? Und daran 30 Millionen Kind ermordet. Kalter Krieg, die Ratte, das Tier, Straßenprogramme, verstehst. Und dann Ressource. Das ist mein Grab, mein Wunschgrab, verstehst. Herr Hitler hat es mir selbst gebracht. Und ich sage, lieber Vater im Himmelmaus, bitte, lass heute, Herr Hitler, mit dem Himmel zu dir. Dass er aufgibt. Dass er gesegnet wird. Dass er vorher fickt gar im Himmel. Bevor ich auf der Erde drankomme, verstehst. Soweit der Zuckerstätte ist für die Loser, für die Kriegsverbrecher, verstehst. Für die Kanalratten, Kindermörder. Dass ich sage, liebe Öppner, ist das. Oder, Gottheit, Jehova, Jahwe, Jesus Christ. Lass den Hitler jetzt fixen. Und dann komm ich dran. Stößt, um danach zu gräsen, das Zustechen der silbenfältigen Toresschwerts. Mit Lust. Mit Wollust. Und sagen, Viganti, danke, liebe Gottheit. Boah, ha, 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 ha. Allah, du bist mächtig. Siebenschichtig hast du die Erde gestaltet an den Himmel. Und dahinter könnte ich sich noch mehr verbergen. Du bist allmächtig. Hinter den sieben Schichten. Vielleicht geht noch eine neue Welt auf.